Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um den Bereich Gesundheit. Also ich habe mir fünf Unternehmen aus dem Sektor Gesundheit herausgesucht, die eine niedrige Valorität haben, die also zudem zu, ich sag mal, zu konservativen Werten zählen. Also hier habe ich mal den Verlauf herausgesucht. Also man sieht hier von fünf Tagen bis zu zehn Jahre, wie sich der Sektor Helticare verhalten hat. Man sieht nach fünf Jahren etwa 34% Zuwachs an Performance. Wenn man als Vergleich den Dujonks nimmt, dann haben wir hier nach fünf Jahren nur 32%, also etwas schlechter, nicht ganz, aber ein bisschen. Schauen wir uns mal die letzten drei Jahre an und da sehen wir auch einen großen Unterschied zu 34% Performance und der Dujonks Index, der hat nur 16%. Also man sieht hier, dass der Sektor Helticare, also Gesundheit, den Index Dujonks outperformed hat. Und dazu muss man auch sagen, dass die Unternehmen aus dem Helticare viele konservativ sind. Also die haben eine niedrigere Valorität, also ein niedriges Risiko gegenüber dem Index oder zumindest den meisten Unternehmen aus dem Dujonks. Also man sieht hier die Valorität, die Einjahres-Valorität vom Sektor Gesundheit liegt bei etwa 29%. Die Ein-Monats-Valorität liegt bei 26%, also die Schwankung des Sektors liegt bei 26%, also ein etwas niedriges Risiko als bei dem Dujonks. Da sehen wir hier eine Valorität von 35% und die Ein-Monats-Valorität liegt bei 29%. Also ist hier das Risiko etwas höher und man kann sagen, dass man bekommt hier wirklich ein höheres Risiko, also eine höhere Schwankung, also eine Valorität ist hier deutlich höher und dazu auch noch eine schlechtere Performance. Also fährt man wirklich mit dem etwas geringeren Risiko und man bekommt hier auch sogar noch eine etwas höhere Performance. Und das ist ja, was man eigentlich möchte, man möchte also besser nachts schlafen, also mit einer kleineren Schwankung und als Belohnung sogar noch für ein niedriges Risiko bekommt man sogar noch eine höhere Rendite. So und hier schauen wir uns mal an, welche Unternehmen sind in diesem Sektor denn vorhanden. Dazu habe ich mal zwei ETFs herausgesucht. Einmal haben wir hier den, glaube ich, den Welt, genau den MSCI World Healthy Care ETF habe ich mal rausgesucht, welche Unternehmen sich hier befinden. Man sieht hier, da sind die zehn größten Positionen, die machen etwa, glaube ich, 30, 35% aus in diesem ETF, also über einen Drittel. Und dann habe ich nochmal den amerikanischen, aus dem amerikanischen Markt, den ETF rausgesucht, denn da haben wir 50% sogar, das die größten zehn Unternehmen machen. Also von 60 Unternehmen sind allein die zehn schon mal die 50% machen die aus, also man kann die anderen quasi vernachlässigen. Und dann schauen wir uns einfach mal an, welche Unternehmen sind das denn? Die meisten werden ja schon kennen, Johnson & Johnson, United Health, FISA, Merck, dann haben wir hier noch Bristol Myers, Amgen. Das sind so die großen Unternehmen in diesem ETF. Dann haben wir aus dem Welt, dann sind die auch vertreten natürlich hier, Johnson & Johnson, United Health, Roche aus der Schweiz, dann FISA, auch Merck wieder dabei, Novartis aus der Schweiz und auch hier nochmal Bristol Myers und Amgen. Also das sind wirklich ähnliche Unternehmen, die hier bei den beiden ETFs vorhanden sind. Und jetzt habe ich mal gedacht, das sind die größten. Man kann natürlich sagen, ich nehme einfach mal die größten drei, vier, fünf heraus, und quasi man bräuchte dann fast gar keine ETF, weil damit deckt man quasi schon fast 30% des ETFs hier ab. Die anderen haben eigentlich gar keine Gewichtung mehr. Aber dann habe ich nochmal geschaut, diese zehn von anderen zehn und habe die mal verglichen in einem Ranking nach Volatilität und nach Performance. Also mit einer niedrigen Volatilität habe ich mal sortiert. Da sehen wir, da sind die niedrigsten, die eine niedrige Volatilität haben. Man sieht hier den Score, also liegt bei etwa, zum Beispiel nennen wir Bristol Myers, das ist ja aus dem Bereich Gesundheit, auf Platz vier jetzt in diesem Fall, hat eine tägliche Volatilität von nur 1,8%, also schwankt nur um 1,8%. Zudem hat es auch eine Performance in den letzten 52 Wochen, also im letzten Jahr, eine höhere Performance, also eine steigende Performance. Das ist das, was man ja auch möchte. Man möchte ja auch keine Unternehmen haben, die eher im Kurs fallen, sondern die eher im Kurs steigen. Deswegen auch berücksichtigen, also eine niedrige Volatilität mit einem guten Momentum auf den letzten 52 Wochen. Und da sehen wir, Bristol Myers ist in diesem Bereich sehr, sehr konservativ, also ein konservativer Wert. Auf Platz vier, dann haben wir hier Novartis, das ist auch ein konservativer Wert. Dann gehen wir weiter, schauen wir durch, hier ist noch Merck dabei, auch sehr konservativ. Also man sieht hier, das sind wirklich Unternehmen aus der Gesundheitsbranche, die wirklich konservativ, also eine niedrige Volatilität haben, also ein niedriges Risiko. Dann haben wir hier nochmal Amgen, das ist auch dabei hier vorne. Dann gehen wir weiter, scrollen wir weiter, hier haben wir noch Johnson & Johnson dabei. So, dann haben wir, ja, die nächsten sind schon eigentlich, ja, also wir haben jetzt bis zu Platz 27 mal einige Aktien herausgesucht, die aus dem Bereich Gesundheit sind. Die würde ich einmal kurz zeigen. Also das sind wirklich, sag ich mal, fünf konservative Werte. So, Bristol Myers Script, der steht schon bei mir eigentlich schon eine Ewigkeit auf der Watchlist, habe ich bis jetzt immer noch nicht geschafft zu kaufen, das Unternehmen. Ist ein solider Wert, man bekommt hier auch eine, ich sag mal, eine angemessene Dividende von gerade so etwa bei 3%. Ist also gesund. Wir haben hier eine steigende Umsatzrendite. Man sieht also, der Umsatz steigt kontinuierlich an. Die haben wir auch jetzt noch zugekauft. Dann haben wir, das KGV liegt bei, ja, sagen wir, wir nehmen mal hier lieber das 22er KGV, also von 2022 ist etwas aussagekräftiger als von 2021 und 2020. Also 2022 soll es etwa bei 7 liegen, also eher sehr, sehr niedrig bewertet das Unternehmen. Dann können wir uns auch hier mal anschauen, wie die Bewertung ist. Also man sieht hier die Umsetzung und Gewinnentwicklung, die ist eher nach oben, das Ganze. Dann haben wir Eigenkapitalquote, ist auch sehr, sehr schön. 45% ist auch sehr, sehr wichtig. So, Petrovskiavskua ist nicht so schön. 4 von 9, also hier ist die Bilanz, die Bilanz, ja, ist halt nicht so prickelnd. Muss man sich dann nochmal genauer anschauen. So, also das ist auf jeden Fall so ein konservativer Wert aus dem Bereich Helticare, der auch eine große Gewichtung in den ETFs hat. Dann haben wir den Schweizer, Novartis. Auch dieser ist mit dabei, den ich herausgesucht habe, also ein Pharmakonzern aus der Schweiz. Auch eine sehr, sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren. Also man sieht hier von 2019 bis 2022 soll es wieder steigen. Ein KGV etwas höher als bei Bristol. Haben wir hier, ich fast, ja nicht ganz, das Dreifache, aber über das Doppelte. 16, 16 der KGV. Dann, also können wir uns nochmal schauen, was für die Dividendrendite. Die Dividendrendite ist auch hier 2022 bei 4. Derzeit bekommt man etwa 3,6, 3,5%. Ich habe das Unternehmen auch nicht mal im Depot. Ich habe hier den anderen, den Roche aus der Schweiz. Den habe ich im Depot. Novartis leider nicht. Hier können wir uns mal anschauen, wie hier die Verschuldungen sind. Also Eigenkapitalquote liegt hier auch fast bei 50%. Auch das ist sehr, sehr gut. Also man braucht natürlich eine niedrige Volatät. Die Eigenkapitalquote soll schon recht hoch sein. Und auch das Momentum soll auf der positiven Seite sein. Also lieber höher, lieber hoch als runter. Und das erfüllt das Unternehmen auch. Dann haben wir hier auch nochmal eine grüne Petrovski F-Score. Also 6 von 9 ist schon mal sehr, sehr gut. Also die Bilanz ist schon mal toll. Also das war das zweite Unternehmen, was man sich unbedingt mal anschauen sollte. Dann haben wir einen weiteren amerikanischen Wert. Und hier sehen wir auch schon gleich, der ist sehr, sehr gut aufgestellt. Merk hat einen Petrovski F-Score von 8, von 9. Eigenkapitalquote ist auch noch in Ordnung mit knapp 30%. Dann schauen wir uns mal die Zahlen genauer an. Auch hier sehen wir eine sehr schöne Entwicklung. 2016 noch knapp 40 Milliarden Umsatz generiert. 2019 dann schon 46 Milliarden. Und 2022, laut Prognose, soll es bei etwa 56 Milliarden liegen. So was. Genau solche Unternehmen möchte man ja auch haben. Dieses Unternehmen ist zudem auch noch gut gewichtet in einem Healthy Care ETF Index. Und zudem haben die eine niedrige Volatät, haben eine akzeptable Eigenkapitalquote. Das Momentum ist auch auf unserer Seite. Man sieht hier, das Ganze geht von links unten nach rechts oben der Kurs. Also das möchte man auch eher haben, so ein Unternehmen. Ja, also ein wirklich tolles, forschungsorientiertes und globales Pharmaunternehmen aus den USA. Kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, das ich in meinem Depot habe. Das ist Amgen. Habe ich auch schon seit 2016, glaube ich, im Depot. Bin ich auch recht zufrieden. Bin ich auch sehr, sehr gut im Plus derzeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube 70 oder 60 Prozent aus dem Kopf jetzt. Ich habe es mal 2016, glaube ich, mal gekauft hier in dem Dreh. Und derzeit bewegen wir uns also, wie man sieht, eine, keine steile Steigung, aber eine kontinuierliche, leichte Steigung. Und das ist ja auch das, was man erwartet von einem Unternehmen, wo die Volatät eher niedrig ist. Also man sieht hier also keine großen Schwankungen. Dann haben wir, also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Biotech-Unternehmen aus den USA. Wie gesagt, habe ich schon länger im Depot. Man sieht hier auch einen leichten Anstieg des Umsatzes. 2016 noch 22, 23 Milliarden Umsatz generiert. 2020, dieses Jahr, soll es aber bei 25 Milliarden liegen. Und 2022 dann schon knapp bei 27 Milliarden. Das KGV ist auch noch in Ordnung für das Biopharma-Unternehmen. So etwa zwischen 16, 15, 14, 14 KGV liegen. Und dazu bekommt man auch eine, ich sage mal, eine moderate Dividendrendite von etwa 2,6, 2,8 Prozent. Auch hier schauen wir uns mal den Wert mal genauer an. So, wir sehen hier, Petrovsk-Evskor liegt bei 6 von 9 Punkten. Das ist in Ordnung, also auch gut. Was ich nicht so toll finde, ist natürlich die Eigenquotelquote von nur 16 Prozent. Das ist natürlich auch nicht so schön. Dazu können wir uns vielleicht mal auch anschauen, den, nochmal genaue Verschuldung. Dazu gehe ich mal hier drauf, wenn er das laden würde. Genau, hier haben wir. Bei TraderFox, da sehen wir hier die Qualität 11 von 15. Ist also akzeptabel. Was ich anschauen wollte, ist hier die Sicherheit und Bilanz. Man sieht hier, die Finanzverschuldung ist nicht so schön. 50 Prozent, man hat auch gesehen, Eigenkapitalquote, nur was nicht, 13, 16 Prozent. Das ist also nicht so hoch. Und das ist auch ein Kritikpunkt an Amgen, was ich schon auch des Öfteren hatte mit Amgen. Aber hier muss man sagen, die arbeiten mit dem Fremdkapital doch recht gut. Aber so ein Unternehmen kann, wenn es Probleme geben wird in der Gesundheitsbranche, dann kann so ein Unternehmen natürlich dann extrem leiden. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten, dass man vielleicht Unternehmen nimmt, die eine etwas höhere Cashquote haben, eine höhere Eigenkapitalquote oder auch eine niedrige Finanzverschuldung. Also hier ist ein bisschen Risiko dabei, obwohl das Unternehmen ja immer noch eine niedrige Volatät hat. So, dann haben wir das Unternehmen. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr bekannten, einer der größten Pharmaunternehmen in den USA. Wird auch in den ETFs auch sehr, sehr groß gewichtet. Man sieht hier Topposition von 10, fast 11 Prozent von dem ganzen ETF. macht Johnson & Johnson bei dem amerikanischen ETF aus. Bei dem Welt-ETF hat das schon auch 7 Prozent. Man sieht also eine extrem hohe Gewichtung hat Johnson & Johnson. Und bei mir im Depot hat das Unternehmen auch eine sehr, sehr hohe Gewichtung. Das ist, glaube ich, mein zweit oder drittgrößtes Unternehmen nach Apple. Aus dem, wie gesagt, Pharma-Bereich. Ich bin hier auf jeden Fall schon lange, lange investiert in Johnson & Johnson. Halt das Unternehmen auch für sehr, sehr gut aufgestellt. Und habe da auch in den letzten Monaten immer wieder nachgekauft. Also man sieht hier auch, Umsatz ist natürlich viel, viel höher als bei den anderen Unternehmen. Aus dem Heldicare-Bereich. Man sieht hier 2016 hatten wir 72 Milliarden Umsatz, 2019 schon 82 und 2022 soll es bei etwa 90 Milliarden liegen. Also ist schon ein ganz, ganz ordentliches Unternehmen. Auch eine Dividendrendite bei etwa 2,6, 2,7 Prozent bekommen wir hier. Ich denke mal Johnson & Johnson und Produkte wird man auch wahrscheinlich kennen. Also Listerin oder BB hat man zum Beispiel für die, hat man und dann haben sie auch noch Wundsalben, Augentropfen und solche Sachen haben. Und als drittes, dritten Bereich haben sie auch noch die KI mit zum Beispiel Hüft-OPs und solche Sachen. Also das Unternehmen ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich würde sagen, am besten von diesen fünf Unternehmen ist Johnson & Johnson. Und zudem ist es ja auch nicht umsonst eine der größten Gewichtungen in den ETFs. Natürlich haben die eine größere Marktkapitalisierung als die anderen. Aber ich würde sagen, mit Johnson & Johnson kann man also nicht viel falsch machen. Dann schauen wir uns auch hier mal die Bewertungen an. Wie sieht die Verschuldung aus? Also man sieht hier, ein Kapitalquote ist schon in Ordnung mit knapp 36, 37 Prozent. Das ist also akzeptabel. Und auch der Betreuungs-FC-F-Score ist mit 6 von 9 Punkten auch sehr gut. Gut, hier vielleicht nochmal die Verschuldung können wir uns auch anschauen bei diesem Unternehmen. Also wir sehen Qualität 12 und 15. So und dann schauen wir uns mal die Verschuldung an. Die Finanzverschuldung liegt bei 17 Prozent. Also auch Häkchen dran ist in Ordnung. Ja und die Valorität hat man ja auch noch gesehen. Die Valorität ist halt niedrig. Und das ist, was man auch gerne haben möchte. Also man kann mit Unternehmen, die konservativ aufgestellt sind, eine höhere Rendite einfahren, weil sie auch einfach in Krisen nicht so stark fallen wie Unternehmen, die eine höhere Valorität haben. Deswegen würde ich einfach mal Unternehmen fürs Depot auch bevorzugen, die eine konservative Einstellung haben. Und da sind halt Unternehmen wie Novartis oder Johnson & Johnson, die gehören einfach dazu aus dem Bereich Gesundheitssektor. So, ich denke mal das war es dann für dieses Video. Ich würde sagen, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.